Schmutz! Moin Leute! Moin Leute, Trimax hier! Bevor das Video losgeht, wieder eine kleine Frage, Umfrage, genau jetzt. Hab's bestimmt wieder vergessen. Perfekt. Ja Leute, könnt ihr gerne abstimmen, ob ich ein Turnier wieder machen soll. Ein kleines YouTuber-Battle, da das 2-3 gefragt haben. Und ja, könnt ihr gerne abstimmen. Viel Spaß mit dem Video. Und ja, es wird... Geil. Geil. Hab ich... Geil. Geil. Okay. Ja. Ya. Hallo? Ja, was ist ja ja, was ist ja. Ja ne, hallo. Ne 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 ne, ich muss kurz gucken. Ah, jetzt funktioniert jetzt wieder. Ja ne, schön. So, warte. 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ja, da spielen wir jetzt drauf. Russisch. Geil. Verstehe ich überhaupt nichts und Anton kann manchmal Übersetzer sein. Oder warst du Pol? Ah, nee, du warst, äh, äh, äh. Ender, ender, guck mal, guck mal, guck mal kurz an. Ach, das hast du erzählt. Ja, Leute, man kann hier ein paar Sachen so machen. Anton, wie kann man? Und dann, äh, Pro, Dr. Place. So, und jetzt bin ich auf einmal Anton. Ja, perfekt. Gut, machen wir auf jeden Fall. Ja, Leute, falls ihr uns sucht, wir spielen hier auf dem Server jetzt immer. Perfekt. Und, ja. Perfekt. Inzwischen. Okay, Leute, ja, ja, alter, das ist geil. Ähm, okay, gefällt mir. Gar nicht mal so schlecht hier. So, zack, bam, bam. Also, ich bin heute mal so mit so einem. Mit so einem. Ich hab jetzt mal nicht mehr keines zu lassen. Okay, gut, los, ich pass. Äh, so, perfekt. So, zack, bam, 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 bam. Warum auch immer ich im Bogen habe, schmeckt auf jeden Fall so. Zack, bam, bam. Geil, Mann. Ich wollte schon immer mal auf dem Server spielen. Wunsch erfüllt. So, ich bräuchte mal Essen oder so. Wär nicht schlecht. Okay. Oh, er... Oh, ne Rot. Oh. Ne? Alter, moin. Ausgetimt, ne? Ja, Fehler. Ultra geil. Alter, geil, Mann. Schmeckt bestimmt. Braucht perfekt. Du bist nur in der Runde. Ich bin schon in der Runde. Und ich habe gerade herausgefunden, dass ich ne Angel habe. Ich seh dir gerade zu, du. Äh! Was ist denn mit dem los? Digga, gleich geh ich zu dem, Digga. Der hat gleich gar keinen Bock mehr auf mich. Ender, aber die Flexbildung, sag ich dir auch. Wenn ein Deutscher gegen die Russen kämpft, Digga, wer gewinnt? Deutsch. Ender, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Pass auf. Los, klatschen, weg. Prost und balladien. Ender, zu Gap. Ja, moin. Alter, hab ich den gegeben. Achso, ich hab verloren. Oh. Scheiße. Ja, nee. Das war ja... Alter, Junge. Das macht mich gleich schon wieder aggressiv, alter, Junge. Weil die hier nichts können, weil die wahrscheinlich einfach irgendeinen Kill-Hack-Client drin haben. Nächste Runde. Oh, ein Eisenswert. Oh. Was hast du so bisher so zum Zerber gesagt, dem Gefettete? Na, ist halt russisch. Okay, ja. Ja, ja. Ja, kann man machen. Muss man nicht. Muss man aber nicht. Okay, okay. Und, ja. Da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Schmutz. Hä? Der schießt mich... Alter, der ist der drecker Junge. Der schießt mich, alter Junge. Digga, das macht ich ab. Was denn für... Was für ein dämlich ein Affe, alter. Mutz. Eisen. Holy moly. Wollah, Ender. Ja, hier. 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 Weiter nach. Ja, ja. Okay, lassen wir gleich Team. Ja, ja. Ich brauche mich mal. Bist du in der Mitte? Okay. Okay, lass mir nicht. Komm, schnell, Ender. Oh mein Gott, warte. Ich bin da, nee. Ender, nein, nein, nein. Wir sind tot. Wir sind tot. Wollah, ich schwere dich. Warum? Hier ist du nicht. Aber weißt du, wie krass die hier sind? Haha. Wie krass, alter. Oh, da ist jemand, da ist jemand. Team halt auch auf den Rustungsraum. Ender los. Wir haben einen Kill. Oh mein Gott. Digger, fühlt sich das gut an. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Anton, nein, nein, nein. Oh Gott. Epischer Kampf. Episch. Leute, ich mache euch das jetzt mal vor, wie man das macht. Nach dem russischen Surferabgang. Passt mal auf. Wir machen jetzt nämlich die Russenhocke. Welche Rumpfungste? Wir machen das so. Machen das hier. Hier unten seht ihr den Server. Dann seht ihr hier Delete, Löschen. Akzeptieren. Und so ist es. Kurz zusammengefasst, Leute. Wie der Server ist. Scheiße und abonniert mich direkt. Scheiße. Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Outro